Tausende Moskauer Studenten haben gegen Einrichtung einer Fenson für Fußball-Weltmeisterschaft auf dem Gelände ihrer Universität protestiert. Sie hätten bereits zwei Briefe an den Chef des Weltverbandes FIFA, Gianni Infantino, geschickt, um Fenson von der renommierten Lomonosov-Universität fernzuhalten, teilte eine Gruppe von Studenten mit. Eine Antwort sei jedoch bislang ausgeblieben. Auch Appelle an Präsident Wladimir Putin und Stadtverwaltung waren ihren Angaben zufolge ohne Erfolg. Für WM vom 14. Juni bis 15. Juli soll in der russischen Hauptstadt eine Fanmeile in unmittelbarer Nähe der Uni errichtet werden, nur wenige Metrostationen vom Lushniki-Stadion entfernt ist. Mehr als 25.000 Fans sollen dort feiern, die Studenten und Professoren wehren sich dagegen, weil ihrer Meinung nach dadurch der Unterricht und Forschung massiv gestört werden. Das grüne Gelände rund um Uni ist nicht dazu geplant worden, um ein derartiges Festival zu veranstalten, hieß es in der Mitteilung. Einer Petition hätten sich bereits mehr als 4.500 Studenten und Professoren angeschlossen.